Dieses von de Bayer hergestellte Produkt erhielt 8.8 von 10 Gesamtpunkten. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Die wichtigsten Merkmale sind Wärmeleistung, Wärmeverteilung, Pflegeleichtigkeit. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Endnote für diesen GSW-Artikel ist 8 von 10 Punkten. Es hat im Moment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und ist ein Artikel, der alle Arten von Benutzern zufriedenstellen kann. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Dieser Artikel von Peleras El Cid wurde mit 8.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Es hat sich herausgestellt, dass es unsere beste Wahl ist. Es handelt sich um ein Referenzprodukt, das seine Aufgabe in vollem Umfang erfüllt, es ist definitiv eines der besten auf dem Markt erhältlichen Produkte. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts.